Servus Leute, es ist TheRagingRaptor nochmal und ihr habt sicher dieses Weltkarte neue Aufgaben für Clans Eintrag im Newsfeed der Wargaming-Seite gesehen. Doch was könnt ihr darunter vorstellen? Was sind diese Aufgaben und was geben sie euch? Was die Aufgaben sind, könnt ihr da unten lesen, das möchte ich euch jetzt nicht unbedingt sagen. Das Einzige was ist, ihr kriegt höchstwahrscheinlich Gold. Aber es wird noch gesagt von anderen Belohnungen. Wie zum Beispiel Wappen, Tarnmuster und Innschriften. Und wie sehen höchstwahrscheinlich diese Sachen aus? Ich habe euch drei kleine Bilder. Ihr könnt zum Beispiel eine Digital Green Camo kriegen, wie wir hier sie auf dem E100 sehen. Sieht ordentlich aus, nehme ich gerne, jetzt braucht nur noch der E100 das HD-Model, das erst in 9.7 kommt. Dann gibt es auch eine neue Inscription, zum Beispiel Band of Brothers für amerikanische Panzer. Passt ordentlich, wenn du überlegst, du musst diese Inscription mit 14 anderen Leuten aus deinem Clans erkämpfen. Oder ihr könnt ein Achtung-Hirsch-Symbol kriegen. Zusammenfassend. Ist es notwendig? Nein. Ist es gut? Ist es ordentlich? Ist es lustig? Ja. Also, ich sehe jetzt da, das ist eine gute Idee, mal die Clans wieder ein bisschen anzuspornen. Hey, komm, fahren wir CW. Das können auch, glaube ich, auch schlechtere Clans in Afrika hinkriegen, diese Sachen. Und es sollte gut funktionieren. Ich selber habe momentan keinen Anreiz, Clan Wars zu fahren. Aber hier, mit dem, ja, könnte ich sagen, hey, ich kriege eine gratis-CAM, die normalerweise 200 kostet. Wieso nicht? Kann ich doch machen. Aber ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich will euch jetzt nicht mehr so lange aufhalten. Also, thanks for watching. Und natürlich, good luck out on the battlefield. Und ich will euch jetzt nicht mehr so lange aufhalten. Untertitelung. BR 2018